Okay, wir wachen jetzt vor der Kiste auf. Hunger haben wir auch, ein bisschen Brot haben wir auch. Mal draußen auf die Terrasse frühstücken, wo immer das sein mag. Jetzt bin ich extra schlafen gegangen. Gibt es ein Frühstücksei? Wieso flatterst du denn da draußen rum? Du bist doch doof. Komm, ich schieb dich jetzt an Land. Das sei denn, ich ertrinke vorher, weil ich die Taste nicht finde. Ja, dich meine ich. Ich möchte, dass du an Land ein Ei legst. Also viele Eier. Gut, diese Aktion war nicht so erfolgreich. Das Hühnchen versteht nicht, was ich meine. Glaub ich. Hast du hier das Gras weggefuttert? Ja, ja, ja. Das erzählst du jetzt so. Das ist jetzt ganz spontan, ne? Was ich jetzt hier tue. Und wenn du meinst, hier abhauen zu können... Nein. Das war nicht gemein. Das dauert dann immer drei Jahre. Na. Na komm. So, etwa. Und dann schauen wir mal, was passiert. Hab ich... Sand hab ich nicht dabei. Okay. Ja, aber Hühnchen, weißt du, da draußen? Ja, das Hoppelhäschen mag's. Na, ich mach mir Sorgen um meine Frühstückseier. Nein, eigentlich möchte ich ja gerne, dass du Gesellschaft kriegst. Verstehst du? Ja, jetzt bezweifle ich. Deswegen sollst du da... Da... Ja, ja, wir balancieren hier mal ein bisschen rum. Obwohl das gar nicht unbedingt nötig ist. Na, das findest du doch gut. Flaches Wasser. Sag doch. Ja. Vielleicht animiert dich das. Weiß nicht, ob das hübsch ist. Vermutlich überhaupt gar nicht. Da komm ich jetzt hier nirgends hin. Nirgends dran. Nein. Aber warum nicht? Naja, okay. Jetzt bin ich die Erde auch los. Wär das scharf. Ja, und du schwimmst dahin, wo... Bist du doof. Du bist doof, weil du kein Ei legst. Während ich um dich herumzackel. Also geh ich woanders hin. Ja, das machen wir jetzt noch. Boah, ganz schön viel Zeug. Na, toll. Theoretisch kommt man doch hier so um die Ecke, ne? So. Zack. Okay. Und dies um hier Dingens. Ja, aber mit... Das waren doch nicht nur drei, 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 drei Beizen. Komm mal nur zurück. Wo waren wir? Äh. Wo waren wir denn da? Hier muss also irgendwo irgendwas, äh... Vielleicht waren es nur drei. Ich krieg ja nichts mit. Ich, äh... Hab schon abgeschaltet, glaube ich. Ah, na gut. Ich dachte, ich müsste jetzt nicht so ein ganzes Feld, äh... beackern, aber offenbar... Gibt es keine Abkürzungen. Und da alle. So. Dann eben gründlich. Und dann ist hier überall nichts. Ich hab gedacht, da fällt dann so viel ins Wasser, wenn man das so wild macht. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Komm ich nicht überall hin. Die fünf Meter lange Arme, aber, ähm... Nicht immer. Unser Männchen, das gar kein Männchen ist. Komm mal, komm mal nicht hin. Jippit. So, mal gut. Dann halt nicht... Jetzt komm ich auch nicht aus dem Wasser, um irgendwas zu zertrampeln. Das ist ja auch, äh... Alles sehr durchdacht. So. Hier kann es dann wieder wachsen. Und wir haben jetzt viel zu viel Zeugs. Das kann ja dann da drüben hin, wo wir eben nicht genug hatten. Falls wir das wiederfinden. Denn, so. Ja, und natürlich könnte ich dem Hühnchen eine Freude machen und das irgendwie mit Samen bewerfen. Aber es nützt nichts, weil es ja kein Kumpel da ist. Lässt du dich davon animieren... Ja, 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 ich weiß, gefällt dir. Lässt du dich davon animieren, ein Ei zu legen? Nee, ne? Aha. Bist du jetzt liebeserstarrt, oder wat? So, so. Okay. Es geht alles vorbei. Auch, äh... Unerfüllte Liebe. Weiter im Text. Wir wollten eigentlich uns um die Kühe kümmern. Die können nämlich hier... Die haben mehr von allem. Die haben ihr gegessen, ne? Das ist ja so eine Sache mit euch. Da weiß man immer nicht so recht. Zack und zack. Zack und zack. So, und das wird natürlich wirklich eng. Und wenn ich jetzt wüsste, was hier Mama und was hier Papa ist... Ja, er kriegt dich wieder. Entschuldigung. Tut mir ja leid. So, ich muss da leider rein. Ja, rein geht ihr einfach, ohne die Kühe rauszulassen. So. Ich hoffe, dass das hier alles so stimmt. Ihr seid zu viert und hoffentlich, ähm... habt das nicht zu eng. Hier ist natürlich jede Menge Zeug. Äh, wir... verbringen... Krempel. Ich mach mir Sorgen um das Hühnchen. Ich mach mir Sorgen um dieses Hühnchen. Ach so, und das Gras wird nicht grün. Äh, die Erde wird nicht grün ohne... Ich hab aber keine Erde. Doch, ich hab noch Erde. Ohne Kontakt zu grünen Erde, oder was? Ich weiß es nicht. Ich spekulier jetzt nur. Ach. Das müsste eigentlich hier dem Hühnchen, ähm, ne? Das, äh... Naja, gut. Das müsste dem Hühnchen eigentlich ganz gut gefallen. Das sieht zwar absolut, ähm, verboten aus, so landschaftlich betrachtet, aber gut, das ist halt Minecraft. Äh, ach so, wir machen das eigentlich, damit das hier grün wird, äh, dann sollte das hier auch grün werden dürfen. Ich weiß nicht, warum der Hase sich da drauf so wohl fühlt, oder Kaninchen, oder was das ist. Wir hoppeln jetzt hier mal ganz fröhlich, soweit es uns möglich ist, zu unseren Kisten, um mal das Zeug einzusortieren. Brote zu... Weiß ich gar nicht. Auszuschneiden. Das ist ja nix. Das ist ja... Das ist nix. Das ist ne Krankheit, ist das. Das geht so nicht. Da müssen wir uns echt was überlegen. Das, ähm... Das ist in hohem Maße ästhetisch unbefriedigend. Was wollte ich? Hätte ich gar nicht hier hinabsteigen müssen. Ich kann ja hier, ne, auf der Freitreppe schwebend, äh, Zeug... Ach ja. So, und... 17 Brote, 17 Brote. Sechs, wo es Rindfleisch wird. Zwei Kühe haben wir geschlachtet. Habe ich doch richtig mitgezählt, ne? Zwei Kühe geben... Jetzt drei... Jeweils drei Schnitzel gekriegt. Das war großzügig. Leder... Ich will das Leder eigentlich jetzt nicht komplett da unten haben. Das eine Leder hatte ich da unten. Ja, wir werden es hier unten brauchen. Machen wir es mal so gut, dass es da unten ist. Jemand von euch wird sich dann vielleicht dran erinnern im Zweifel. Wir haben zu essen. Wir brauchen nicht zwingend noch mehr dieses Weizen. Werden wir garantiert nie wieder finden. Oder diesen Weizen. Ich sollte mal nachgucken. Habe ich doch schon mal. Irgendwann. Aber... Wer merkt sich denn sowas? Ich weiß ja, das eine ist ein Bier. Aber das ist wahrscheinlich das... Und der nicht. Und so. Aber... Aber ich... Das hat sich nicht in meinen Synapsen festgefressen. Ich weiß das nicht. Wir haben so viel Stein. Warum haben wir so viel Stein? Ach, weil wir hier... Weil wir besucht haben, uns ein Zuhause zu schaffen. Mit mäßigem Erfolg. Anders sind... Okay. Das... 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 Die Körner. Ach ja, jetzt fangen sich natürlich auch die Körner an, anzusammeln. Und ansonsten sage ich, äh, puh, für heute. Gute Nacht und, äh, bis dann.